Kalt erwischt würde ich sagen, Ralf Rangnick wird nicht neuer Bayern-Trainer. Die Trainersuche beim FC Bayern München, die nimmt leider unerwartete Wendungen, wie zuletzt auch bei Nagelsmann. Ralf Rangnick, der als Top-Kandidat oder Top-Kandidat Nr. C war es ja für die Nachfolge von Thomas Duckel, der gehandelt wurde, hat überraschend jetzt abgesagt. Und dies, müssen wir jetzt ehrlich sagen, stellt die Verantwortlichen beim FC Bayern München vor einer neuen, ja großen und auf jeden Fall Herausforderung, eine kurzfristige Alternative zu finden, so schnell. Denn man ist doch gerade in einer sehr wichtigen Phase. Man wollte eigentlich nach Rhein-Madrid quasi das Go oder das Here We Go von Ralf Rangnick Bescheid geben. Jetzt kommt das noch vor diesem Kracher von den Champions-League-Rückspielen, die Absage. Und jetzt sind wir wieder quasi am Anfang. Wir wissen nicht, wer genau jetzt gehandelt wird oder der Top-Kandidat für den FC Bayern München sein wird. Wie sieht die Liste aus? Also da muss man sich jetzt intern nochmal wirklich besprechen, um einen eventuell Nr. D. Also wir machen gerade das ABC wirklich momentan wirklich runter. Aber lass uns mal einen Schritt zurück heute besprechen mit Sebastian und Viko an meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Wir müssen erst mal gucken natürlich, ey, was da jetzt passiert. Das schien doch wirklich alles so sicher. Der Mann hat Gespräche geführt mit Bayern München sogar. Man hat gehört mit Uli Hoeneß sogar konkrete Einzelgespräche geführt. Und jetzt kommt die Absage. Und natürlich danach, ey, wie geht es jetzt weiter? Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile beim vierten Top-Kandidaten. Also man muss jetzt wirklich Nr. D, wie gesagt, suchen. Findet man was? Findet man nichts? Wer ist die überhaupt auf dem Markt frei? Das sind ja erstmal die wichtigen Fragen, die wir heute auf jeden Fall hier auf Headlines besprechen müssen. Also schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren packenden Folge. Und wie gesagt, Viko und Sebastian, schön, dass ihr da an meiner Seite seid. Fangen wir an. Erstmal grob, was ist passiert, Viko? Also wirklich, es schien ja alles so sicher. Man hat berichtet, dass das Finanzielle sogar vom österreichischen Fußballbund, sagen wir mal, getroffen wird seitens Bayern. Die haben ja eine gute Summe verlangt. Halt hat gestimmt. Und jetzt auf einmal doch nicht. Ja, sagen wir mal so, die Absage, die jetzt offiziell ist, hat viel Headlines-Potenzial. Paukenschlag, Kehrtwende, Schock. Ich glaube, das trifft alles, kann man alles auf den Fall Rangweg anwenden. Und so wie du es gerade gesagt hast, es kam vollkommen überraschend, was man so hört, auch für die Bayern-Bosse. Ich erinnere da gerne an Präsident Heiner, der nach dem Realspiel, also am Dienstagabend noch verkündet hat, wir sind die guten Gesprächen. Ich denke mal, so ein erfahrener Mann sagt sowas öffentlich nur, wenn da wirklich auch ein klarer Signal vorhanden war. Ja, und keine acht, vier Stunden später ist dieser Satz sozusagen nicht mehr gültig, denn die ÖFB hat bekannt gegeben, dass Rangweg bleibt. Und was ich ein bisschen kurios fand in der offiziellen Mitteilung, wird Rangweg auch zitiert, beziehungsweise man lädt sich zu Wort. Und er sagt explizit, es war keine Absage an die Bayern, sondern eine sozusagen einfach bleibt beim WFB. Was ich so ein bisschen komisch finde, auch so ein bisschen, also ich persönlich sehe das so ein bisschen als Seitenhieb. Natürlich ist es eine Absage, man hat verhandelt, man hat darüber gesprochen und er bleibt. Ja, praktisch hat der andere verloren oder der FC Bayern hat eine Absage bekommen, aber sei es drum. Spannend ist, dass die Bayern bis zuletzt gehofft hatten, dass es eine Zusage gibt, beziehungsweise, dass es weitergeht. Und man hat im Grunde auf das finale Jahr gewartet, damit man auf den Verband zugehen kann, die Ablöse besprechen kann. Und wie die TZ berichtet, gab es am Mittwochnachmittag, also relativ frisch. Das ist keine Entscheidung, die jetzt irgendwie schon lange fest sind. Also Mittwochnachmittag gab es wohl irgendwie der finale Beschluss von einem 65-Jährigen. Nee, ich mache es nicht. Ich will es nicht machen. Ich bleibe beim WFB. Und im Nachgang hat man dann die Bayern informiert. Und ja, es ist noch alles ganz frisch. Wie so immer wird dann sowas auch schnell an die Medien durchgestochen. Das ist klar, bei so einer Entscheidung, dass es dann auch nach außen dringt. Und ja, jetzt sind wir da und du hast es gesagt. Stichwort alles auf Null. Also die Suche beginnt wieder. Wir sind jetzt bei Kandidat D, wenn man so will, Plan D. Und dementsprechend müssen die Bayern jetzt sich neu orientieren. Ich glaube auch erstmal schütteln und rütteln, weil du hast gerade gesagt, die Liste an Kandidaten, die wird nicht länger. Im Gegenteil, ja. Das Warum muss man sich natürlich jetzt hier an der Stelle fragen. Also bevor wir jetzt oder bevor wieder diskutiert wird, hey, war es das mit dem FC Bayern München? Kriegen die nie wieder einen Top-Trainer? Warum will da niemand trainieren? Was sagst du da, Sebastian? Warum kam jetzt eben mit dieser Absage von Ralf Anglick? Es werden ganz viele Gründe genannt. Ich muss sagen, ich finde alle nicht sonderlich logisch. Die einen sagen, es ging darum, dass Ralf Anglick ein so großes Team mitnehmen wollte. Dieses Problem gab es ja wohl bei De Serbi. Da frage ich mich, welcher Trainer will das heutzutage nicht? Also jeder Trainer kommt ja eigentlich mit seinem Staff, mit seinem Stab. Dann gab es wohl im speziellen Fall mit dem aktuellen Co-Trainer von Ralf Anglick, Lars Konetka. Der war schon mal Videoanalyst unter Pep Guardiola und hätte wohl gesagt, er ist nicht ganz so scharf drauf, nach München zu kommen. Aber auch da frage ich mich, ob jetzt der Co-Trainer den Ausschlag geben kann, dass Ralf Ranglick nicht kommt. Und dann wird noch darüber geredet, dass Ranglick nicht gleichzeitig die Bayern planen wollte und die Österreicher trainieren wollte. Zu der Situation wäre es ja gekommen, während der EM, dass er das Team der Österreicher hätte coachen müssen und gleichzeitig halt schon schauen, wie entwickelt sich die Saison bei den Bayern. Das wollte er wohl nicht machen. Dann hieß es auch, er kennt ja den Druck bei einem Top-Verein und traut sich das jetzt nicht mehr wirklich so zu, weil er in diesem Alter wäre, also mit 65. Nur wenn das wirklich so ist, dann frage ich mich, warum ist er dann überhaupt in die Verhandlungen getreten? Das ist ja das Gleiche, wie Wieko auch schon gesagt hat, wenn er sagt, es ist eine Entscheidung für Österreich und nicht gegen den FC Bayern, wenn er sowieso vorhatte, bei Österreich zu bleiben. Warum hat er dann überhaupt mit dem FC Bayern verhandelt? Also das kommt mir alles nicht ganz logisch vor. Vielleicht ist es auch irgendwie so ein Bündel aus all diesen Dingen. Es geht wohl auch um die Außendarstellung des FC Bayern, mit der Ranglick nicht so zufrieden war. Vielleicht war er auch irgendwie gekränkt in seinem Stolz, dass er eben nicht die Nummer eins war. Ich denke, er hält sich auch zu Recht für den richtigen Fußballfachmann. Aber man wusste ja, man wollte Alonso, man wollte Nagelsmann. Jetzt ist man auf ihn gekommen. Vielleicht war da auch sein Stolz ein bisschen verletzt. Vielleicht ging es auch um Finanzielles, obwohl ja vorher auch gesagt wurde, finanzielle Dinge sind nicht die Frage. Also vielleicht ist es so eine Mischung aus allem. Es wurden auch mal so ganz allgemein persönliche Gründe genannt. Andererseits hätten die ja auch schon vor den Verhandlungen bestanden. Also ich denke schon, dass es irgendwas war in den Verhandlungen, dass dann Ralf Ranglick nicht gepasst hat. Wahrscheinlich werden wir das nie so im Detail erfahren. Fakt ist jetzt, man kommt nicht zusammen. Und die Begründung ist für mich alles in allem bisher noch nicht so gut. Ja, trotzdem muss man sagen, das Ganze kommt jetzt zu einem komischen Zeitpunkt. Denn wie erwähnt, stehen die Bayern einfach momentan vor einer entscheidenden Phase. Nicht in der Bundesliga, nicht im DFB-Pokal, aber natürlich mit dem bevorstehenden Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League. Und man hat die Chance, wirklich ins Finale einzuzählen. Das Spiel gegen Real Madrid selbst, haben wir auch schon drüber gequatscht. War durchaus besser, als man das in der Bundesliga oder woanders noch kennt. Also ist noch nichts gegessen. Aber was passiert denn jetzt in der restlichen Zeit, also restliche Saison? Okay, Thomas Doppel ist noch da, aber ich rede jetzt erstmal vom Kurzfristigen. Wie geht die Suche jetzt erstmal weiter? Also setzt man sich da oder hat man noch auf der Liste Namen, die man vielleicht öffentlich so ein bisschen hört? Also Eberl lässt auf den Namen, die man öffentlich hört, die er noch jetzt anfragen könnte? Oder scheint da oder blickt man jetzt erstmal gar nicht durch und muss erstmal selbst rätseln, wer jetzt da noch in Frage kommen könnte? Also wie geht jetzt erstmal das Ganze weiter, Viko? Ja gut, es muss weitergehen. Ja, das ist so wie nach einer Niederlage. Es muss weitergehen beim FC Bayern und es wird weitergehen, das ist klar. Aber ich hatte ja schon eingangs gesagt und das hört man von mehreren Quellen, die Bayern-Bosse wurden kalt erwischt, weil eben bis vor kurzem alles dorthin gedeutet hat, er wird's und ich glaube, sie werden sich erstmal schütteln und rütteln müssen. Man wird quasi in sich gehen. Hönes hat ja zuletzt betont, das ist eine Aufgabe von Freund und Eberl. Also sprich, die beiden Sportchefs sind da an vorderster Front. Er ist nochmal gefragt und es gibt eine Liste. Das ist zweifelsfrei, wie lang sie ist. Wissen wir alle nicht. Da ist Eberl ja sehr, sehr gut im Ablocken. Er will ja öffentlich nie Namen kommentieren, was ich persönlich auch gut finde. Aber es gibt eine Liste und die wird jetzt abgearbeitet. Wir kommen später, glaube ich, nach dem Thema konkrete Namen. Aber jetzt geht es auch erstmal darum, sage ich ein Stück weit, es ist vielleicht auch so ein bisschen zu hinterfragen. Sebastian hat es gesagt, warum spricht er mit einem Kandidaten zwei Wochen lang, legt ihm angeblich einen Drehaltsvertrag auf den Tisch und dann sagt er nach zwei Wochen auf einmal, nee, ich kann mir das nicht vorstellen, weil, weiß ich nicht, zu viel Stress in München. Ich bleibe in Österreich, es ist eine Herzensentscheidung. Das kriegt man doch in zwei Wochen Gespräch irgendwie mit. Also, das ist so meine Einschätzung. Und ich glaube, da müssen sich alle hinterfragen. Ich verweise auch nur an das FAZ-Interview von Uli Hoeneß. Er kam zu einer Unzeit, wurden Aussagen getätigt, die die Trainersuche bestimmt nicht erleichtert haben. Ob sie sie am Ende beeinflusst haben, das kann wirklich nur Ralf Rangnick sagen. Aber klar ist, wenn du öffentlich sagst, ja, das war nur eine C-Lösung, was wir eh alle wussten, ist es trotzdem nicht gut. Und interessant ist, Hoeneß hat gesagt, Bayern spricht nur mit einem Kandidaten. Also, es gibt keine Parallelverhandlungen. Dementsprechend glaube ich auch, dass man jetzt die Liste aufgreifen muss. Man muss den Trainer ansprechen. Man muss ihn wirklich nochmal das Projekt vorstellen. Man muss ihn vielleicht auch beruhigen. Man muss in der Tat den Verein nach außen besser darstellen, als es gerade um ihn steht. Und bevor man wirklich konkret auf jemanden zugeht, weil die letzten Wochen, die letzten Tage, haben die Bayern, was die Außendarstellung angeht, nicht wirklich geglänzt. Und man muss sich schon wirklich die Frage stellen, auch so ein bisschen aus der Fan-Perspektive, wer will denn den Verein aktuell noch trainieren? Ja, also wir haben gesehen, was mit Nagelsmann passiert ist. Das liegt auch erst ein Jahr zurück. Ja, das Spiel jetzt kann allen Kamellen herholen. Aber man hat vor zwölf Monaten Trainer deklassiert über Nacht. Man hat Tuchel deklassiert. Ja, das sind Champions-League-Sieger deklassiert. Man hat ihn sozusagen, ja, vor die Tür gesetzt. Und man hat drei Absagen kassiert. Und wenn ich ein Top-Trainer wäre, der unter Vertrag steht, würde ich mir auch Frage stellen, tue ich mir das an? Weil Geld verdienen kann ich überall. In England noch besser als in der Bundesliga. Und dementsprechend, glaube ich, müssen die echt schauen, auf wen die zugehen. Und irgendwann wird es ja zu einer Phase. Ja, du kannst jetzt nicht irgendwie noch mit drei Weiteren sprechen. Also eigentlich muss der Nächste auch dann derjenige sein, weil sonst wird es wirklich irgendwann mal unseriös, auch für so einen Verein wie den FC Bayern. Dementsprechend, glaube ich, aber erst mal Fokus real. Und danach werden die Bosse, vor allem Eberl und Freund, Vollgas geben und das Thema neu aufrollen müssen. Ja, und über den Nächsten müssen wir auf jeden Fall jetzt reden. Denn, ja, Sebastian, wir sind ja einfach momentan jetzt wirklich bei der D-Lösung. Der Buchstabe C haben wir schon leicht gelächelt. Jetzt kommt vielleicht ein größeres Grinsen bei D. Und Veko sagt selbst, jetzt muss es dann aber auch wirklich endgültig zu einer Entscheidung kommen. Sonst wird das Ganze lächerlich. Aber wer kommt da jetzt in Frage auf Nr. 4? Also meine D-Lösung geht mit C los. Antonio Conte, glaube ich, ist jetzt ein ganz heißer Kandidat. Ist ein absoluter Top-Trainer. Ist vertragsfrei. Hat in so ziemlich jeder Liga irgendwie Titel gewonnen. War mit Nationalmannschaft erfolgreich. Also ich glaube, das ist schon einer, um den man sich jetzt langsam bemühen sollte. José Mourinho, ich habe es schon in vorherigen Sendungen ein paar Mal gesagt, ich glaube immer noch, dass er ein guter Trainer ist. Verstehe auch nicht so richtig, warum man jetzt so auf ihn herabschaut. Und das Letzte ist Lucia Favre für mich als Kandidat. Favre finde ich einen interessanten Mann insofern, dass er schon mal Kandidat war bei den Bayern. Er hat gezeigt in der Bundesliga, wie gut er arbeiten kann. Ist absoluter Fußballfachmann. Er kennt sich mit Taktik aus. Ist anerkannt bei den Bayern-Bossen. War ja ein guter Freund von, oder ist ein guter Freund von Karl-Heinz Rummenigge. Die haben ja auch noch zusammen gespielt in der Schweiz. Also die kennen sich sehr gut. Da ist meine große Frage. Favre hatte oft Probleme mit den Medien. Den Druck, der da aufgebaut wird, teilweise bei seinen Stationen, die er vorher hatte. Und ich glaube, das wird halt in München schwer für ihn. Wenn er da keine Entwicklung gemacht hat, ist es nirgendwo so schwer von der Medienlandschaft her wie in München. Und ich denke auch nicht, dass er dieser Trainer ist, der sich jetzt noch mal diesen Stress antun will. Bei Conte ist es was anderes. Ich glaube, der Brent, der hat Lust, eine Top-Mannschaft zu trainieren, eine absolute Top-Mannschaft. Er ist auch ein Coach, der Top-Mannschaften kann, der mit Stars kann, der gute Stimmung in die Truppe reinbringen kann, aber trotzdem auch für eine klare Linie stehen kann. Und das Beste eben an diesen drei Kandidaten ist, dass sie alle vertragslos sind. Also da hat man keinen ÖFB, DFB oder keinen Bayer Leverkusen, mit denen man diskutieren muss, mit denen man verhandeln muss über eine Ablöse. Das macht den Deal ja auch noch mal um einiges teurer. Wenn man bei den Leuten anruft, kann man direkt mit ihnen verhandeln und die können praktisch morgen unterschreiben. Und das ist, glaube ich, schon was, was jetzt gerade in dieser Situation, wo es ja doch ein bisschen eilt, ein sehr, sehr großer Vorteil sein kann. Also muss ich sagen, Conte finde ich eigentlich fast den heißesten Kandidaten von diesen vertragsfreien Trainern. Ja, jetzt haben wir gehört Conte, aber vielleicht finden wir noch einige Namen, Biko, die da wir reinschieben können in die Liste, die auch als potenziellen Nachfolger von Thomas Dürrl oder eben neuer Bayern-Trainer werden könnten. Was hast du auf dem Lager? Ich will Sebastian gar nicht widersprechen. Ich finde Conte auch nicht so schlecht, aber es gibt durchaus einen Grund, warum Conte und Mourinho so oft die Vereine gewechselt haben und gerade vereinslos sind. Aber ja, er hat gesagt, vereinslos ist erstmal, glaube ich, das attraktivere Thema. Wenn man so schaut, auf die, die einen Vertrag haben, gibt es durchaus auch Kandidaten, aber die sind deutlich schwieriger zu bekommen. Also an erster Stelle denke ich mal da an Sebastian Dönes. Das ist so die naheliegendste Lösung. Der Name sagt schon, er hat beim FC Bayern gearbeitet, er kennt den Klub, er hat familiäre Verbindungen nach München, aber er hat vor kurzem beim VfB verlängert und er hat auch ganz klar gesagt, seine Geschichte beim VfB ist nicht zu Ende und hat auch ganz, ganz klar öffentlich betont, er geht davon auf, beziehungsweise, ich glaube, das Tat war ein O-Ton, sie können sicher sein, ich werde nächste Saison auch hier sein. Also, ob er von dem Satz mal wirklich zurückrudert, glaube ich auch nicht. also Hoeneß ist für mich im Sommer 25 keine, im Sommer 24, sorry, keine Option. Es gibt noch interessanten Namen beziehungsweise einen altbekannten Namen, Roberto de Serbi von Brighton, wurde immer so zwischen Top 1, 2, 3 gehandelt, man weiß gar nicht, was er jetzt war, ob es A, B oder C jetzt war oder vielleicht D, aber bei de Serbi gibt es auch wieder die alten Themen, die wir schon alle kennen, kostet viel Geld, 15 Millionen auf Ablöse, auch einen großen Trainerstab, den er mitbringen würde, plus er kann kein Deutsch und hat keine Erfahrung auf dem Level. Ich glaube auch, dass gerade die Kombination aus großer Trainerstab und keine Erfahrung mit wir müssen viel Geld und die Hand eben die beiden Bosse abschreckt, aber Ewa soll in der Serbi-Fan sein und soll viel von ihm halten. Und der letzte Name, der so ab und zu mal gefallen ist, den ich aber ganz spannend finde, ist Ruben Amorim von, helfe ich mal kurz, ich glaube Sporting, oder? Sporting Lissabon, genau, der bei Liverpool gehandelt wurde, der bei West Ham gehandelt wurde, der auch bei Chelsea gehandelt wird, also man sieht, in England ist er ein heißer Kandidat, was mir bei ihm, also für mich, muss ich ehrlich sagen, ich kann ihn nicht groß einschätzen, aber er wird schon so als der nächste Mourinho gefeiert in Portugal und hat da in Sporting was aufgebaut mit den, sage ich mal, beschränkten Möglichkeiten, was mir nicht gefällt bei Amorim und das ist ja rausgekommen, der macht gerade so eine kleine Roadshow durch England, also er ist aufgefallen, wird nach London geflogen, ist jetzt dafür auch entschuldigt, mit Chelsea gibt es auch Gespräche, Liverpool hat es ein bisschen abgeschickt, dass er in London war bei West Ham, die haben sich jetzt anscheinend für den Arne Slott entschieden, also Amorim ist so einer, der gerade seinen Markt abklopft und wirklich auch Gespräche führt und in England, wissen wir alle, kannst du ein bisschen mehr verdienen als in Deutschland und dann müssen die Bayern jetzt schon wirklich Vollgas gehen bei ihm, um ihn davon zu überzeugen, auf der anderen Seite der FC Bayern ist natürlich deutlich über West Ham und mindestens auf einem Niveau mit Chelsea, wenn ich sogar drüber, also vom Namen her kann der FC Bayern ja mithalten, aber die Frage ist, auch da, er kann kein Deutsch, hat keine Erfahrung auf dem Level und würde auch Ablöse kosten, also auch da gibt es wieder viele Fragezeichen und dementsprechend sehe ich bei den Vertragstrainern, also sprich, die Vertrag haben keinen, wo irgendwie jetzt auf den ersten Blick super passen würde, ja. Ich habe noch einen, mega Namen, es ist ja also ein mega Deal, habe ich so ein bisschen mal in den Kommentaren reingelesen, was die Leute so von der Absage denken und Thomas Tuchel, der möchte ja gerne nach England in die Premier League und dort gibt es einen Trainer, der ja ein bisschen auf der Abschlussliste steht und zwar Eric Ten Hag, warum nicht ein Switch, wobei ich sagen würde, da bekommt er, da bekommen wir ja als FC Bayern ein bisschen einen schlechteren Deal und Manchester United kann froh sein, dann ihre Trainer abzugeben und dann echt einen guten Trainer zu bekommen, also auch funny, aber mal jetzt so, nur gegen Ende, ich weiß ja jetzt, von Sebastian ein bisschen gehört, konnte ein leichter Favorite, bei ihr, Wiko, habe ich jetzt nicht ganz durchgehört, wer dein Favorite ist, aber gerne auch mal ganz kurz, vielleicht, wenn es überhaupt einen Namen gibt, auch wenn es nicht realistisch ist, da mal was droppen. Mein Favorit heißt 2025, Sommer 2025 und zwar Interimslösung, also Interim ist ein böses Wort, aber die bestmögliche Zwischenlösung und 2025 voll angreifen, weil 2025 werden viel, viel mehr Optionen frei. Jürgen Klopp ist der Elefant im Raum, der da steht, wir wissen alle, er hat so ein bisschen mit dem Bundesländer Posten geliebäugelt, wenn er aus seinem Sabbatjahr zurückkommt, das Thema ist durch, es sei denn, Nagellich, man fällt komplett auf die Nase, was ich nicht glaube und hoffe, dementsprechend ist der DFB-Posten erstmal weg. Nach England kann er nicht, weil England sozusagen für ihn jetzt nur noch Liverpool-Land ist und wohin soll er gehen? Also Real hat Ancelotti und in der Hinterhand Alonso, Barcelona kann sich Klopp nicht leisten, nicht mal das rechte Bein von Klopp und beschweige den Spieler. Also Klopp und Bayern 2025, das klingt für mich ganz sexy, die Frage ist nur und da blutet wie das Bayern-Fan-Hat-Finale, der Horn potenziell 2025, wird es, schaffst du das mit dem Interimstrainer und was ist denn Kader-Umbruch? Also ist auch nicht ideal zu warten, aber mein Favorit wäre in der Tat Jürgen Klopp 2025. Bloß die Frage wäre natürlich, ob es die Bayern schaffen würden, Jürgen Klopp unter Vertrag zu nehmen. Also wir sehen ja jetzt, wie schwer sie sich tun bei deutlich kleineren Namen. Also ich glaube, wir sind gerade nicht in dieser Phase, wo man sagen kann, naja, der FC Bayern muss nur kurz mal eine WhatsApp schreiben und dann springen schon alle hin. Das haben sie jetzt bei Xabi Alonso gemerkt, das haben sie bei Julian Nagelsmann gemerkt, das haben sie jetzt sogar bei Ralf Rangnick, der C-Lösung gemerkt. Also ich glaube, es ist auch kein Selbstläufer, selbst wenn Jürgen Klopp jetzt im Moment keinen anderen Job im Hinterkopf hat, dass die Bayern ihn wirklich kriegen würden. Also ich glaube, da haben sich die Zeiten schon ein bisschen geändert und das merken die Bayern jetzt gerade im Moment bei dieser Trainersuche. Auf jeden Fall. Und mein Favorite, da muss ich Ivan einen großen Shoutout geben, der hat, oder das war, der Nachgeschmack hat sich sehr, sehr gut eingefühlt und zwar die französische Duo-Lösung mit Réverie und sie dann endlich mal diesen Mann aus dem Ruhestand wieder rauszuholen und ein Team zu trainieren und hey, wer weiß, es könnte gut gehen, könnte schlecht nicht in der Ahnung ist, aber auf jeden Fall eine interessante Lösung, die man vielleicht da zaubert. Aber wie ihr merkt, ey, es ist noch alles offen. Wir berichten natürlich dann, wenn es soweit ist, wenn der FC Bayern-Mütchen mit wirklich auch konkreten Namen handelt beziehungsweise konkrete Namen fallen, da bleibt ihr auf jeden Fall dann up to date. Wenn ihr abonniert, ansonsten schreibt uns mal gerne eure Meinung in den Kommentaren über die Absage von Ralf Rangnick und ja, sein potenzieller Nachfolger jetzt als D-Lösung. Da wären wir gleich mal gespannt, was ihr so auf dem Patch momentan habt oder vielleicht gibt es auch ein Favorite, den wir genannt haben. Da gerne auch mal eure Meinung in den Kommentaren. Wie ich sage, wir sehen uns oder hören uns auch natürlich nächste Woche zu einer weiteren Folge Headlines. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank Sebastian und Wiko, dass ihr wieder dabei wart und bis nächste Woche. Servus. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020